so aber ab so ab 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 Ah, er hat sich schon wieder. So. 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 Ah, ja fast. Nein, und wieder keine 50. Ah, ich glaube es wird langsam eng mit den 50. Naja, mal gucken. Okay, das wäre die Ding gewesen. Ich mache jetzt mal nach und nach und nach und nach. Ich mache die Wege. Ja, das ist das einzige, was ich irgendwie halbwegs kann. So, so diese Blöcke da unten. So, so, so. Naja. Ja, so, so am Schluss. Ja, genau. Immer erst mal die Geheimdienung machen. Äh, eigentlich wollte ich erst den normalen Weg machen. Okay, egal. So, jetzt mache ich den normalen Weg. So. Ah, jetzt. Glitsch, 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 glitsch. Ich will keine. Kommst du hier um den Stern? Oh, dann ist es Leben. Ja, das ist schon bequem, wenn man damit... Stern. Ah, hier muss ich glaube ich schon unter, oder? Nein, das war weiter. Ja, ist doch schön, ne? Wieder ein paar Leben geholt. Nein. Ich kann das im Krieg nicht. Das überlasse ich den Profis. Sorry, was getrunken. So, das war die Welt 1. Dann kommt jetzt Welt 2. Ey, ich scheiße auf die Yoshi. Jetzt hole ich mir richtig viel leben. Oh nein, ich habe eins ausgelassen. Das war irgendwie klar, dass ich jetzt fail, oder? Jawohl! So, 70. So, packen wir's gleich noch mal, jo. Das ist Level. Dieses Mal mit Yoshi. Okay, aber ist das mal. So, ich muss auch mal, wenn ich einen Kumpel verwende. ja ja schließt übrigens mein lieblings joshy den Am wenigsten mag ich es der Rote, da kann mich kein Panzermunterhalten. Schauen wir mal, ob ich hier ein Leben holen kann. Nein, egal. Kann ich Yoshi eigentlich behalten? Kann ich mit Yoshi in die Wolke rein? Bin ich mir gar nicht sicher. Theoretisch kann man sich hier links in den Graben passen. Ja! Hallo? So. Egal. Gut, das wäre es dann auch. Mit dem Heimlevel hier unglaublich schwer herauszufinden, ne? So, die vierte Welt, der Rote Yoshi, die mich nicht malen. Kuss. 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 der hat schon geschluckt das geht aber schnell so geht das für die leute die das nicht wissen so macht man das hier richtig erst joshie füttern und dann schickt man ihn zum teufel weil man den roten joshie gar nicht mag so geht das richtig so Du bist doch eh schon bald im Geheimgang gekommen, aber ich mach erstmal den normalen Weg. So, zack. Oh ne, das war jetzt scheiße. Ach, warte, ich warte bis das Ding hier kommt. Tut mir ein bisschen leichter. Jetzt müsste eh schon das Ziel kommen, oder? So, dann bin ich wieder groß. Weil ich glaub, ich brauch fürs nächste Level tue ich mir unheimlich leichter, wenn ich eine Feder habe. So, schau mal mal. Oh, fuck you. Das ist immer so knapp. Ich bin jetzt zweimal geschluckt, oder? Einmal. Einmal. Ah. Yo. Entschuldigung, das war ein Fall, ich weiß. Äh, ja, nochmal. Sorry fürs, äh, Level tue das. Ich habe ja über mein Leben, eigentlich ist es bei mir wurscht. Aber es ist trotzdem nicht die feine Art. Man sollte sterben wie ein Mann. Oh, habe ich geglitscht, wie soll ich sehen? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Drei, Yoshi. Ja, duck dich halt, Mario. Ne, es ist hier so gefährlich. Duck dich, da kann dir nichts passieren. so, und so, und so, und so, und so, und so, den nehmen wir mit. So, die Eingang geschafft, und ich habe nur eine Feder. Wo ich mir noch leichter tun würde, wäre, wenn ich einen Yoshi hätte. Und ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Aber, wie soll ich das? Ich habe mich überrascht.